Drachenblutkerze selber herstellen Bei Drachenblut handelt es sich ursprünglich um das Harz des Drachenblutbaums, Dracena cinnabari. Heute wird oftmals das Harz der Palmenart Demonorops draco verwendet. Drachenblut wird zum einen beim Räuchern eine energetisierende Wirkung nachgesagt, zum anderen soll es auch negative Anhaftungen lösen sowie böse Geister vertreiben. Hier zeige ich, wie man Drachenblutkerzen selber herstellen kann. Dabei gehe ich auf die puristische Variante ein, die ich selber bevorzuge, sowie die optisch ansprechendere Variante, bei der man eine tiefrote Kerze erhält. Materialien 100 Gramm Bienenwachs. Ich habe hier jedoch Paraffinwachs genutzt, damit ihr am Schluss besser sehen könnt, wie stark die Färbewirkung von Drachenblut ist. Die gelbe Färbung des Bienenwachs würde natürlich das Rot des Drachenbluts verfärben. Drachenblut, entweder als Drachenblutöl, wie man das herstellt, zeige ich euch in einem späteren Video, oder fein zermörsertes Drachenblut, wie ich es hier habe. Ein Docht, ein Glas. Dann braucht man später keine Kerzenhalter, sondern kann die Kerze überall aufstellen. Zudem könnte auch noch roter Wachsfarbstoff genutzt werden, wenn man am Schluss tiefrote Kerzen erhalten möchte. Durchführung Schmelze das Wachs im Wasserbad. Hier habe ich aber einen alten Schokoladenschmelzer verwendet, den ich nur für die Kerzenherstellung nutze. Sobald das Wachs geschmolzen ist, wird das fein gemahlene Drachenblut hinzugegeben. Die Temperatur des Wachses ist nicht hoch genug, dass auch das Drachenblut schmilzt, aber der feine Staub verbindet sich mit der Mischung. Nun heißt es rühren, denn ansonsten setze ich das Drachenblut am Boden des Gefäßes ab. Nun kann die Kerze gegossen werden. Wer eine tiefrote Kerzenfarbe will, kann nun die Wachsfarbe hinzugeben. Zunächst wird drei Viertel des Wachses in das Glas gegeben. Dann lässt man die Kerze abkühlen und gibt schließlich den Rest hinzu. So bilden die gröber gemahlenen Harzteile später eine Schicht im oberen Bereich der Kerze und verbrennen beim Anzünden, was den Duft intensiviert. Gießt man die Kerze in einem Durchgang, dann sinkt beim Abkühlen das gröbere Drachenblut Harz auf den Boden der Kerze und ist somit verschwendet. Hier seht ihr die fertige Kerze. Im unteren Bereich befindet sich eine rote Schicht, wo die gröberen Harzfragmente aus dem ersten Durchgang hin abgesunken sind. Hier oben sieht man dann eine zweite rote Schicht von den Harzfragmenten, die sich dort beim zweiten Gießgang abgesetzt haben. Wenn man eine Kerze ohne Harzfragmente will, die eine einheitliche Konsistenz besitzt, dann empfiehlt es sich zunächst Drachenblutöl herzustellen. Dazu wird es bald ein Video geben. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und oder Abo da. Wie gesagt, aktuell bin ich in einem privaten Projekt involviert, sodass ich kaum Zeit und auch keinen Raum für das Aufnehmen der Videos habe. Das wird sich im Frühjahr ändern, dann gibt es hier auch wieder mehr Content. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss. Das war's für heute.